Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Das Umgraben im Garten kann zu einem echten Kraftakt werden, vor allem, wenn der Boden fest und durchwurzelt ist. Wenn man außerdem nicht besonders stark ist, wird die Arbeit mit einem normalen Spaten schwierig. Der Rootslayer soll über diese Probleme hinweg helfen und noch viel mehr können, als einfach nur umzugraben. Das haben wir ausführlich getestet. Wie unser Urteil über diesen Spaten ausfällt, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Wir haben den Rootslayer für dieses Video gestellt bekommen. Wie ihr es von uns kennt, geben wir unsere Meinung aber trotzdem ganz ehrlich wieder, egal ob wir das Produkt wie sonst selber kaufen oder wie in diesem Fall kostenfrei gestellt bekommen haben. Es wurde auch genau diese ehrliche Aufarbeitung gewünscht. Wir haben das Produkt ohne weitere Auflagen erhalten. Zusätzlich verlosen wir hier auf YouTube noch einen Rootslayer. Mehr zur Teilnahme erfahrt ihr in der Videobeschreibung. Nun soll es aber endlich losgehen. Schauen wir uns zunächst den Rootslayer an. Er hat eine Höhe von 114 cm. Sein Blatt ist auf pulverbeschichteten Carbon-Stahl und V-förmig. Die Seiten haben geschliffene Sägeflächen. Auch die untere Kante ist geschärft. Oben auf dem Blatt befindet sich eine 2 cm tiefe Trittkante. Diese soll es erleichtern, mit dem Fuß nachzuhelfen. Der Griff ist kreisrund und hat dadurch mehr Auflagefläche für die Hände. Insgesamt wirkt der Rootslayer Spaten sehr stabil. Bisher haben wir bei schwierigen Böden mit drei Werkzeugen gearbeitet. Mit dem Spaten wurde umgegraben. Das ist mühselig, wenn man nicht viel Kraft hat. Man sieht gut, dass wir mit dem Spaten gerade einmal zur Hälfte in den Boden kommen und dadurch nur wenig Erde abtragen können. In stark durchwurzelten Böden wird der normale Spaten zu einer großen Herausforderung. Hier kommen wir kaum durch den Boden hindurch. Die Wurzeln halten den Spaten immer wieder auf, sodass ein Umgraben kaum möglich ist. Hier ist der Einsatz einer Spitzhacke von Vorteil, aber auch schweißtreibend. Mit einer Spitzhacke lässt sich der Boden gut auflockern und schon ein Teil der Wurzeln durchtrennen. Dicke Wurzeln können auch mit einer Astschere erfolgreich zerteilt werden. Wir verwenden hier eine Bypass-Astschere. Mit einer Ambossschere kann man die Kraft jedoch besser übersetzen. Der Rootslayer soll alle drei Gartengeräte ersetzen. Wir haben es ausprobiert. Das Umgraben geht mit dem Rootslayer wesentlich einfacher als mit einem normalen Spaten. Er gelangt mit wenig Kraftauswand tiefer in den Boden. Obwohl der Rootslayer durch seine Form eine schmalere Blattfläche aufweist, können wir mehr Erde auf einmal abtragen, nur weil wir tiefer in den Boden gelangen. Durch die breitere Trittfläche lässt sich mit den Füßen gut nachhelfen. Hier merken wir, dass der Druck an den Schuhen deutlich geringer ist. Das bedeutet nicht nur eine bessere Kraftübertragung, sondern auch, dass die Schuhe geschont werden. Ein stark durchwurzelnder Boden ist auch für den Rootslayer eine Herausforderung. Trotzdem können wir sagen, dass die Arbeit damit leichter ist, als mit einem herkömmlichen Spaten. Kleinere Wurzeln werden schon beim Umgraben durchtrennt. Oberflächlich können wir auch kleine Pflanzen abgetragen werden. Dickere Wurzeln kannst du mit dem Rootslayer durchhacken. Das klappt nicht immer auf Anhieb, vor allem wenn man die Wurzel nicht zielgenau trifft. Wenn man gut trifft, kann man die Wurzel mit etwa 2 cm Durchmesser mit einmal durchschlagen. Wir wollten wissen, was dieser besondere Spaten noch kann und haben einen kleinen, wildgewachsenen Baum ausgegraben. Das ging schneller als erwartet, auch wenn nicht mit einem Spatenstich. Man sieht gut, wie die Wurzeln durchtrennt wurden. Eine dicke Wurzel bleibt mit dem Rootslayer eine Herausforderung. Um sie zu zerhacken, sollte man auch zielgenau treffen, was uns nicht immer gelang. Mit den Sägeflächen an der Seite soll man angeblich solche Wurzel durchsägen können. Ja, die Seiten können sägen, doch man müsste vor die Wurzel so ausgraben, dass man genügend Platz für die Bewegung hat. Letztendlich konnten wir jedoch die Wurzeln durch wiederholtes Hacken erfolgreich zerteilen. Der Rootslayer wird auch damit beworben, dass der Triebe sauber entfernt. Wir haben es an den Überresten eines gefällten Baumes ausprobiert. Die Triebe lassen sich leicht abhacken. Wenn man gut zielt, werden diese auch sauber abgetrennt. Allerdings würden wir nicht dazu raten, dies an einem Baum auszuprobieren, der noch erhalten bleiben soll. Hier ist die Gefahr zu groß, dass der Baum dabei zusätzlich Verletzungen davonträgt. Besser ist es, noch die Äste, Zweige und Triebe mit einer Bypassschere abzuschneiden. Unser Fazit. Der Rootslayer ist keine Wunderwaffe, aber eine große Erleichterung beim Arbeiten im Garten. Im direkten Vergleich mit einem herkömmlichen Spaten zeigt sich, dass der Rootslayer leichter an den Boden eindringt. Hier zeichnet sich der Vorteil der Keilform ab. Mit einem Spatenstich wird man mit dem Rootslayer viel mehr Erde abtragen können als mit einem normalen Spaten. Praktisch finden wir auch die Trittkante. Diese erleichtert die Arbeit um einiges. Die Vorteile zeigen sich vor allem beim Ungraben in festen und verwurzelten Böden. Viele Wurzeln lassen sich zerteilen, kleinere Bäumchen komplett aushebeln. Allerdings würden wir den Rootslayer nicht für Arbeiten am Baum verwenden. Dort ist er einfach zu grob und kann Schäden verursachen. Das Produkt kann im Handel, bei Real und bei Globus gekauft werden oder bei den in der Videobeschreibung verlinkten Onlineshops. Und denkt daran, wir verlosen eine Rootslayer. Was ihr dafür tun musst, erfahrt ihr in der Videobeschreibung. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lass uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Falls du eher ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, schau gerne auch auf unserem Gartenmagazin unter www.gartenzeile.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.